... ... ... So, da wird sich ausgerichtet. Tja, so schnell kann es gehen. Das war der Nummer 24, der Englisch-Mit-Streff gegen Wehrstieg zum 1. Dreh Nummer 24 auf der schwarzen Seite, macht sich dann der Liefer-Ospart, die Oswald-Mitglied und die Freien-Völkkel-Völkeln. Bei mir auf der Weiß-Streff, die gibt es dann weiter mit dem Nr. 26, TGP3 und Gerd-Pomber-Lex-Preis. Und nochmal hin, das wird im Lukas mit, jetzt nochmal ein Hinweis in einer Sattel. Hier wird in diesem Jahr die transz-Mitglied-Völkkel-Abstand, die ganz tolle Preise, und sie gibt es vorne im Eingangsbereich, im Foyer oder der beste Züge. alım stattdessen. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Are you ready? Attention, go! 11, 2, 3, 5, 1. Wer hat das? Oh, da wäre es eine andere Gäste, die ich glaube, das hier anders. Kann da werden, die ich mit der Übergabe? Ja, dann sehen wir es mal wieder. Was wird mir aus dem Ziel? Das war das, der Nummer Nummer 20, der 26, bereits zum Platz genommen haben die CG Prez 1 und der Powertexpress. Auch der Schadenschein, die geht es anschließend weiter mit dem Kickingen. Die treten angehend die Rostock-Prom-Course und für Renn Nummer 28, und ich gucke schon mal auf der weißen Seite auf, dass der CT2 und die holste Rennenschein. Aber zunächst mal auf dem Wasser der Rennenschein, die CG Prez 1 und der Powertexpress. Und wir richten das Bild aus. Und in diesem Moment ist das Bild ausgerichtet. Are you ready? Attention! Go! G-8 Ist das Bild ausgerichtet? Ja, oder ich bin jetzt noch. Das gilt nicht. Das gilt nicht! Gut, wir richten euch aus. Einmal ist, keinmal. Untertitelung des ZDF, 2020 Mein Vater! Schlaf! Schlaf! 2,0-0-0 26.30 war das Auf der gegenüberliegenden Seite machen Sie die Flutgepferde, ich so mit zum Schluss umgekehrt und das Grosso-Pornbus-Team. Hier auf meiner Seite geht es weiter mit dem Meer zwischen den Fokus und dem Holzer der Karte. Bei der Geringheit bleibt die ersten Aufruf für Renn Nr. 29, auf der schwarzen Seite wird der Wettbewerb im Open gegen TG Priest groß. So, das Renn Nr. 27 ist ausgerichtet. Vorruf wird sich der Geringheit machen lassen. Are you ready? Attention, go! Gut. Genau so, ihr wisst, ihr wisst. Ja! 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 Ja!